Musik 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 So, das was ihr gerade gesehen habt, das war die Entwicklung von unserem Kapuno zu Guadino. Und jetzt betreten wir mal die Pokémon Liga. Hier sind wir, haben die Pokémon Liga erreicht. Und alle unsere Pokémon haben hier 50. Und ich werde in diesem Part die Top 4 machen, vor dem nächsten Part werden wir Ende gegenüber treten. Aber zuerst möchte ich ein paar Tränke kaufen, denn die werden wir hundertprozentig brauchen. Übertränke erhöhe ich mal die Anzahl um 10 Stück. Geleber, Hammer 5, Coffee 15, da haben wir 20 von jedem. Und ein paar Hyperbälle noch. Zagen wir auch 15, da haben wir 20 von allem. Heinen unsere Pokémon schnell. Ich habe sie zwar schon in der Siegelstraße gehalten, aber egal. So, jetzt machen wir es halt nochmal. So, Vollständigkeit. Und Schnauze. Schnauze. So, was hast du zu sagen? In der Pokémon Liga trennt sich sozusagen die Spreu vom Weizen. Ich rate dir, dich eingehend auf die Kämpfe vorzubereiten. Schon eine einzige Niederlage bedeutet, dass du von ganz von vorn anfangen musst. Ja, das wurde auch in der Game Edition uns gesagt. So, ich mache jetzt mal Pause, schließe ein paar Anwendungen und dann gehen wir in die Top 4. Bis gleich. Die Pokémon Liga ist ein Ort, in dem nur ein einziges Gesetz gilt, das der Stärkeren. Um Stärke, was und Stärke beweist man am besten, indem man die Top 4 und den Champ besiegt. So einfach ist das. Die Top 4 kann einen jeder zum Kampf herausfordern und erst wenn du sie alle bezwungen hast, gibt sich auch der Champ die Ehre. Aber Vorsicht, hast du erst einmal den Federhandschuh geworfen, gibt es keinen zurück mehr. Du musst entweder alle Gefechte zu deinem Gunsten entscheiden oder durch eine Niederlage ausscheiden. Möchtest du dein Glück versuchen? Klar. Okay, drück mir die Daumen, Top 4. Gut, ähm, es ist anders als in der gelben Edition und zwar kann man hier jetzt auswählen, gegen wen man jetzt kämpfen möchte. Hat man alle 4 besiegt, kann man hier diese Statue anklicken und man kommt zum Champion. In die Statue ist folgende Inschrift eingemeißelt. Die Pokémon-Niga ist die Heimstätte der 4er kraftstrotzender Trainer. Im Südwesten lebt jene, deren Wissen um Pokémon des Typs Geist ohnegleichen ist. Im Südosten lebt es unumstrittene Meister der Kampf-Pokémon. Im Nordwesten lebt jener, der seine Unlicht-Pokémon zu absoluten Höchstleistungen führt. Im Nordosten lebt jene, welche die Pokémon vom Typ Psycho in- und auswendig kennt. Überwinde diese 4 Wächter mit der rechten Mischung aus Mut und Weisheit und der Weg zum Champ der Pokémon-Liga wird sich hier öffnen. Wir haben jetzt 4 Elemente, der ganz linke setzt Geist-Pokémon rein, der in der Mitte links Unlicht, in der Mitte rechts Psycho und ganz rechts Kampf. Und wir können jetzt auswählen. Ich entscheide mich zuerst für die Geister-Pokémon. Also betreten wir jetzt die Halle. Okay, sieht ziemlich unheimlich aus, wie eine Bücherei. Oh, was ist das? Oh nein! Bam! Ich krieg Bammel! Okay, hier ist die erste dieses Geister-Pokémon ein. Dann fordern wir sie mal heraus. Die feurig lodernden Augen des Mannes strahlen aus seinem finsteren, hageren Gesicht hervor, wie eine ständige Erinnerung aus seinem Entschluss, alles der Gerechtigkeit willen zu opfern. Das war der Ausdruck aus meinem neuesten Werk, die Anregung für die Hauptfigur. Wie fahrt mir der Sled den letzten Trainer, der mich zu einem Kampf herausgefordert hat? Leider ging unsere Begegnung für ihn nicht allzu glimpflich aus. Ach, es ist ja wirklich schade um ihn. Aber genug der Gefühlsduselei. Du bist ebenfalls Trainer und willst dich mit mir messen, stimmt's? Danach mach dich auf was gefasst, denn ich bin Anissa, die Meisterin der Geist-Pokémon. Kevin vs. Anissa. Top 4 Kampf Nummer 1. Sie hat nur 4 Pokémon, das könnte leicht werden für uns. Das erste ist echt toll. Die Entwicklung von Makaramba aus der alten Ruine. Wir setzen unser Advent hier ein, Geist gegen Geist. Jetzt ist die Frage, welches ist stärker? Für uns ist es stärker. Es greift zuerst an und hoher Spezialangriff. Also, das wird echt nicht toll nicht überleben. Was? Boah, aber wie knapp das jetzt war. Ja gut, er greift auch mit Spupa an oder sie greift mit Spupa an. Ich wette, es kommt mal in den Trank, ne? Genau wie in einem guten Roman ist auch im Kampf der Anfang besonders wichtig. Ja, was zu erwarten, Top Genesung. Ja gut, dann kommt jetzt die Spupa wieder für uns. Zack. Und das war's. Ja, war ein Volltreffer. Und jede Menge Erfahrungsgute. Golgantis. Das ist die Entwicklung von diesem Pokémon da. Aus der Wachenspiegel. Aus dem Golbit. Ist vom Typ Boden Geist. Deswegen kommt jetzt Saiyajin. Mit einer Wasserattacke. Und zwar Surfer. Und sonst ist es wieder schneller. Sehr gut. Und... Oh, hat's wieder Saukneip überlebt. Ich hätte, glaube ich, meine Pokémon auf Level 51 turnieren sollen. Dann wäre sowas nicht passiert. Ja gut, das kommt noch mit Top Genesung, ne? Irgendwie leckt auf die Musik ein wenig, aber egal. Surfer. Und das war's jetzt für dich. Du stirbst jetzt. Ist das klar? Na also, schon wieder ein Volltreffer. Gut, jetzt hat sie nur noch zwei. Oh nein, einmal diese Hässigkeit. Ähm. Da kommt Saiyajin dran. Gegen Wasser. Gegen Pflanze. Und Saiyajin hat übrigens Ausringen erlernt. Die Taki ist nur effektiv bei Pokémon mit viel KP wie Mammolida zum Beispiel. Oder Haithaira. Ja und es ist überlebte Taki auch. Okay. Und Locklinge wurde ich blockiert. Das ist sehr schlecht. Und es ist gerade damit spukweise in unsere Spezialbeteilung. Aber egal. Achso, Locklinge. Das kann doch nicht anders angreifen als heute. Gut, ich muss es wechseln. Ähm. Check nur raus. So, mal mit einer Kampfattacke angreifen. Der Spuk war jetzt nicht sehr effektiv. Macht aber nichts. Und Durchbruch. Ahja. Ich dachte, es funktioniert. Ich habe nämlich Karadonis eine Zielscheibe gegeben. Da dachte ich, er ist jetzt ja, dass Durchbruch treffen wird. Aber anscheinend habe ich die Fähigkeiten falsch verstanden. Die Fähigkeiten haben. An dem Streifen. Da wollte ich euch ein bisschen überraschen. Und zwar. Wollt ihr euch denken lassen. Hey, der Kampfattacke funktioniert. Die Kampfattacke funktioniert. Die Kampfattacke funktioniert. Funktioniert aber auch nicht. Naja egal. Und das war es. Eins hatte noch. Und das ist Gelabra. Ja, sie hat auch ein Gelabra. Wollen wir mal beide Gelabra aus Gegnerhand antreten lassen. Ich glaube an dich, Adventi. Du bist die Stärkere von beiden Skalabra. Die Levels sind genau identisch. Es ist die Frage, welches ist stärker? Ich greife an mit Spukball. Und Iris ist schneller. Na toll. Na ja gut. Dann kam jetzt unser frisch entwickeltes Pokémon raus. Und zwar Alduin. Es hat Level 51. Aus dem Grund, weil ich es bei Level 49 und Level 50 eine Sonderbombung für sinnlich gegeben habe. Und es kann Feuer stürmen. Wo ist das? Na. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Und jetzt überlebt auch die Attacken wieder knapp. Was ist denn da nur los? Alle Pokémon überleben die Attacken knapp. Das gibt es doch nicht. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. leck ist stärker weil saiyajin nur noch derweil sei schon die helfe seiner kapie verloren hat so das war es die erste hätten wir geschlagen bin absolut sprachlos da kenne ich so viele werte und doch will es mir nicht gelungen so schnell kann ich nicht lesen tut mir leid tut mir leid zunächst muss ich mich um meine pokémon aufrede um vergebung bitten ich bin betrieb bekämmert und tröstlich kann es kaum in worte fassen ihr solltet euch keine vorwürfe machen immerhin kann das doch jeden im kampf passieren aber wie dem auch sei ich bin immer noch mitglied der top 4 jetzt hätten wir geschlagen ist nächstes kommt der kampftrainer er ist der leichteste meines erachtens und erst einmal müssen unsere pokémon teilen die beleber wenn sie wiederbeleben also wiederbeleben und schatten haus wiederbeleben und dann schatten haus ja hyper tränke verwende ich jetzt auch noch gleich was soll es schatten haus hat jetzt wieder volle kp all die mine wieder volle kp und eventiert hat wieder volle kp ok dann setzt sich schatten haus an erster position kampf gegen unlicht ist sehr effektiv ok hier kommt top 4 mitglied nummer 2 hier könnte man denken er setzt feier pokémon ein tut er aber nicht er setzt unlicht pokémon ein so sehen jetzt alle fackeln an wir sind jetzt hier nichts mehr in minecraft so hier ist er ach du grüne neune habe ich etwa irgendeinen wichtigen tag verschwitzt die trainer geben sich ja heute regelrecht die klinke in die hand aber ist ja auch wurscht ich bin jedenfalls astor von den top 4 und somit dein gegner im nächsten kampf top 4 mitglied nummer 2 astor versus kevin er hatte ihre krebs kampf unlicht der will 48 also ja die pokémon kann man locker mit 50 und durchbruch schatten haus hat übrigens nahkampf erlernt hätte ich eigentlich auch einsetzen können naja es kommt es kommt wahrscheinlich wegen der anfang deswegen kommen wir zum nahkampf attacke schau knaus benutzte seine nahkampf attacke aber jetzt ist es hat blut weil jetzt genau das hat genau das genauigkeit ist gesunken wegen dem sandwirbel und deswegen bestehe jetzt die möglichkeit dass manchmal der nahkampf daneben geht naja jetzt kommt wahrscheinlich möglich deswegen kann ich jetzt ein extra vernehmen und seine genauigkeit wieder erhöhen ja dachte ich mir mobileheap unser pokémon schreck zurück oder in dem fall nicht weil wir ein item eingesetzt haben und nahkampf jetzt können wir eigentlich jede seine pokémon mit nahkampf ohne ja keine große taktik jetzt hat caesurius ein stärktes bis die weiterentwicklung von galagantri oder so halt das pokémon was wir auch gut in neuem gesehen haben jetzt vom typ stahl und und nicht daher war nachkampf vierfach effektiv und tschüss und level 51 für chuck norris jetzt passt der chuck norris one hittet jedes seine pokémon und das ist hier arabigator das ist die entwicklung von diesem schnappi pokémon die vollentwicklung ich glaube dass es nahkampf überleben wird weil die bedrohung statt neues angriffswerk gesunken hat man hat sogar nicht überlebt okay ich bin begeistert und tschüss wenn wenn nur eine gewinnt verliert jeder andere ja ja komm ich kann so schnell lesen man hört ob er nun sein bestes gegeben hat ob das schicksal es mit einem gut oder doch eher schlecht gemeint hat eine niederlage ist und bleibt eine niederlage genau dies verleiht dem lobby des siegelkranzes ihre erhabene pracht und von deinem sieger lächeln bin ich regelrecht geblendet gut das war der zweite halbzeit leute jetzt kommt die psycho tante dadurch all den ersten position denn und nicht gegen sie schon sehr effektiv wenn wir wir sind im wettraum 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 aufwachen ein starker trainer ist hier und möchte kämpfen was zum kuckuck wer besitzt die dreistigkeit mit meinen wohlverdienten schönheitsschlaf zu stören du scheinst wie ein starker trainer zu sein der es versteht stärke uns auch nur zu vereinen aber ersparen wir bitte 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 ein langweiliges duell ich kann meinen gehen doch jetzt schon kaum noch unterdrücken kettler kennen wir auch aus der aus dem aus der kampfzone da tauchte nämlich auch auf und sei denn zyton mega die entwicklung von diesen einzel allerdings da aus diesem zelt pokémon so alduin knirscher so wie der knapp überlebt das gibt es doch nicht jede wette alduin stirbt jetzt das gibt es doch nicht entweder haben wir nur sau pech oder der gegner hat blut wie zau oder ballriss naja gut adventi probieren wir es mit geist attacken ja 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 top genesung heilung ich deine pokémon so spukball geist gegen psycho und schüss einzeller 4000 erfahrungspunkte und der ist 51 und sie hat noch ein somnivora nun gut ihre taktik mit somnivora ist einschläfern und traumfresser soweit wird es aber nicht kommen you die ok was hat sie noch das symbolara aus der wüste hat sie noch hätten wir auch zebritz verwenden können aber egal spukball ok es kann auch spukball und ist schneller weil es ein vogel pokémon ist oder ein pflug pokémon ist egal und tschüss so was kommt jetzt das ist morbitesse ihr letztes pokémon das ist die entwicklung von diesen ähm von diesen putzigen molly morba und tschüss gut die hätten wir jetzt auch und da wird 52 für adventi die attacke lernst glaube ich keine mehr weil wir es ja schon entwickelt haben gibt es nicht noch andere mitglieder der top 4 denen du den tag verderben kannst nun sei schon auf der hut und lass mich wieder in den federn kriechen scheiß pennerin ok das war die dritte hier fehlt nur noch einer da möchte ich meine pokémon meine pokémon wieder heilen weil der eine hat es in sich denn der ist meines achtsens der stärkste denn er setzt sehr starke kampf pokémon ein vor dem wir uns hüten sollten wir haben kumomilch können wir eigentlich noch verwenden ja so erstmal heilen ja kumomilch verwende ich jetzt bei shaknoros äh saiyajin und aluin so ist jetzt die frage wer ist pokémon wollen wir verwenden ich glaube ich nehme mal sapi queen weil sapi queen ähm habe ich ein item gegeben das die volltrefferquote erhöht und wenn wir das mit laublinge kombinieren tun dann äh können wir ja meist die meisten pokémon schon one hiten wenn wir glück haben so hier ist der vierte und letzte der top 4 in der in der aus der unteren ecke mit einem gewicht von 70 kilogramm kevin du möchtest dich mir also stellen was mein name lautet eugen und ich trainiere unter meister lauro mit dem umgang mit kampf pokémon zu perfektionieren äh um den umgang ja sorry mein meister hat dich übrigens in den höchsten tönen gelobt ich würde mir gern ein bild von deiner stärke machen wenn du erlaubst und der fette eugen welches kevin er hat ein new testo das gegenstück zu baradonis nun juts machen wir dieses new testo mal ähm kaputt volltreffer 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 bitte volltreffer na kein volltreffer oh jetzt kann dampfwalze danke nicht sehr effektiv du bist sehr stark das lässt mein herz keine ahnung zack 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 das waren volltreffer also geht doch und mit deiner dampfwalze kommst du gar nicht weiter da kannst du höchstens ein paar äh ein paar straßen platt machen oder so dann würde es was bringen aber nicht bei meinem seppi queen ach diesmal kein volltreffer macht nichts ich glaub ich machs mal anders ich soll endlich mal einrollen und erhöhen wenig den angriff ja gut wenn du nur dampfwalze einsetzt kann ich ja ruhig weiter den angriff erhöhen also gut nochmal einrollen ach es kann steinkante na gut aber egal ich erhöhe weiter einfach mal den angriff und jetzt erstmal noch ein item dazu und zum heilen nein kein x-treffer mehr sondern ähm limonade soll ich limonade für mich tun? ja komm limonade so hat alles geheilt bis auf 1kp und hier kommt steinkante zieht sogar auch nicht so viel ab oh Gott ich dachte das würde ihn jetzt killen aber nicht einmal annähernd aber steinkante hat eine volltrefferquote eine hohe ist aber dafür kein step vielleicht liegt es daran weil wir jetzt die verteilung so erhöht haben na gut machen wir einfach mal weiter soll mir recht sein nochmal einrollen so wir können es noch zweimal machen und er kann seine steinkante nur einmal nur noch machen weil sie nur noch 1 AP hat die Attacke und noch ein letztes mal einrollen Bergsturm die keine Ahnung Attacke so und jetzt heilen weil sonst hat es kaum was gebracht wenn es jetzt down geht und sowas möchte ich nicht riskieren deswegen Hypertrank okay jetzt kommt wieder eine Bergsturmattacke das geht um volltreffer ist aber egal jetzt die Locklinge es ist immer noch schnell obwohl wir den verwendet haben das geht um einrollen aber das liegt auch daran weil er Dampfwalze verwendet hat um unsere Initiative zu senken und tschüss jetzt kann mir jedes Pokémon one hitten wenn wir Glück haben naja aber jetzt kommt hier noch ein Vichu hinzu und Vichu kann sehr stark attacken ob es hätte Kriegensteinen ja locker warum mache ich mir überhaupt Sorgen und tschüss Vichu jetzt kommt Karadonis glaube ich ja ja genau da müssen wir jetzt ein bisschen anders vorgehen weil Karadonis hat ja Robustheit und es wird dann die Attacke überleben oh fuck vortreffer scheiße naja keine Taktik ist von Dauer ich probier's mal mit der ne Quatsch das Gegnerische kann ja Steinkante das ist das ist das ist dann Risikoreich ich wechsle sofort wieder das war jetzt blöd dass ich im Atmenti verwendet habe Sochaknow Karadonis gegen Karadonis letzter wir sind auf die Ausnahme dass unser Karadonis in Nahkampf kann Sochaknow ist in Nahkampf hat nur noch eine AP ja das ist jetzt die Robustheit es kommt wahrscheinlich noch ein Item dazu Karateschlag ist ja lustig fuck jetzt kommt wahrscheinlich ein Heal deswegen ähm muss ich jetzt die AP wieder auffrischen damit wir mit Nahkampf wieder angreifen können Eta auf Nahkampf ja das kommt die Top Genesung war ja zu erwarten und dann mach ich das einfach auch mal indem ich mein Pokémonest auch heilen tue und zwar nein nicht so sondern achso ich bin auf der falschen Seite hier genau Top krank zack so jetzt fängt alles von vorne an Aua der Karate Schlack haut ganz schön rein wortwörtlich aber unser Nahkampf haut noch mehr rein jetzt stört unser Karadonis leider weil jetzt die Verteidigung gesunken ist schuss schuss dafür ist es jetzt aber geschwächt und der Streifi ich probier's jetzt mit Initiative ähm Stampfer Aua und naja fast für ein Level ab jetzt kommt sein stärkstes Meister-Ageräus mein letztes Pokémon jetzt gilt's Stromstoß ich hab nachgeschaut was für Werte Streifi hat und zwar greift Streifi mit normalen Attacken Anleitung normalen Angriff physisch ne Aua Aua Interactive sinkt na sorry ähm, das Wort Streifi zwar killn aber was solls Stromstoß kill 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 naaa knapp aber ich bin froh, dass es nicht gekillt hat weil sonst hätte es keine AP äh K-E-E-P geben Erfahrungspunkt ne, ja Alduin ne Quatsch Adventi Jetzt kommt ein Heal nehme ich an, derweil setze ich Ehrlicht ein, weißt du es kommt kein Heal, ok das wundert mich, scheiße hätte ich gewusst dass es kein Heal kommt, ja ok so kann man auch gewinnen, warte die blöde Art aber egal, Level 53 für Adventi, Overlevelt jetzt aber momentan ein wenig und damit hätten wir den letzten der Top 4 geschlagen, du hast einen Nutzfall unter Beweis gestellt, dass du der stärkste Trainer der Pokémon Liga bist, wir geben dir nur zur Statue auf dem Forum und suche die Kammer des Champs auf, wir mit dir der Top 4 von Einer haben den Champ geschworen uns unbedingt unparteiisch zu verhalten, nun liegt es an dir junger Trainer, Ok, was wird sich hier befinden unter unseren Füßen und was hat M vor, werden wir gegen den Champion antreten oder werden wir gegen M antreten, ich weiß es nicht, doch ich weiß es schon, aber ich will halt nicht spoilern, ähm, nun gut, was passiert im nächsten Part, ähm, ne Quatsch, was passiert, bis zum nächsten Part, oh mein Gott, Sprachfehler pur, Das ist ganz neu, ist das次 Füßen